Ein halbes Jahr lang habe ich genau noch diesen Blushes gesucht. Ich war in Straßburg, in Berlin, in Köln, überall waren diese Blushes ausverkauft. Und dann gehe ich nach Freiburg und dort im Douglas habe ich sie endlich gefunden. Das hier sind die Blushes von Too Faced. Ich habe einmal die Farbe Watermelon Rain und einmal Golden Hour und die probieren wir jetzt beide aus. Ich lebe einfach komplett für dieses Packaging. Die sollen auch so richtig pigmentiert sein. Und jetzt tupfe ich einfach so ein bisschen drauf. Oh mein Gott, der ist so wunderschön. Die Pigmentierung ist auf jeden Fall da und dieser Ton ist eher so ein bisschen soft. Ganz ehrlich, ich kann nichts sagen außer pretty as fuck. Frischer Pinsel und jetzt kommt die knallige Farbe. Und das hier, Leute, beschreibt mein Leben. Ist das nicht komplett die schönste Blushfarbe ever? Ich gehe auch hier einfach all in. Okay, ich glaube, das wird intense. Das hier gibt auf jeden Fall der absolute Sonnenbrand-Vibe. Das hier ist eher Choral und das hier ist eher Pink. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche ihr besser findet. Ich finde beide absolut pretty und ich glaube, ich muss mal öfter so einen Freiburg vorbeischauen.